Ich habe gesehen, du hast das große Achselzucken. Hast du ihn umgeniedert? Ne. Na blöd, das ist der Panzer. Sag mal, was hält denn der aus? Da ist das Stahlung und er hat neben dem Panzer geschlafen. Du meinst das Polizeispiel? Ne, er hat das auch. Aber hier COD, Vanguard meine ich. Ach so, ja. Ja. Du bist schon drin, ne? Ich bin schon drin. Aber da hat doch einer geschossen mit so etwas Schnellem. So einer Kette auch. Ja. Läufst du hier rum? Ne, ich bin ganz hinten noch. Ja, guck ich. Ja, ich habe zwei Typen weggemacht. Ach du bist das. Ich wollte gerade schon wieder schießen. Kann man hier durchkriechen bis zur anderen Seite? Ja, also nicht griechen, sondern das ist trocken, Bruder. Waren wir trocken, Bruder? Aha. Dramate! Bist du hier ran? Ja. Ja. Ich bin vor der Tonate weggerannt. Ach so, du kannst ja durchrennen. Ich Idiot krieche, wie so ein Blödmann. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Warte, was ist denn los? Warum treffst du den denn nicht? Na, an der Bushaltestelle, glaube ich. Benji. Ich bin tot. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Alter. Scheiße. Ey, willst du mich verarschen? Ich bin jetzt hier drin. Oh, Alter. Hat er auf dich geschossen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, von welcher Richtung es kam. Hier waren Steps zu hören. Links von mir jetzt. Ich habe einen Rock erwischt gerade. Ich sehe hier die Zelte, wo wir vorhin. Ja. Wo wir da durchmarschieren. Aber nicht wieder auf die Läufe schießen. An mich zu verlieren. Alter. Ey, das sind Minen. Ich will ja nicht abkratzen, Mann. Mann. Da steht auch noch einer. Ey, der hat die Maske. Ja, ja. Alter. Wie viele waren denn hier für diesen Idioten? Hast du gerade geschossen? Ja. Ich habe ihn gekillt, glaube ich. Hier war ein PMC. Dem habe ich aber eine gedrückt, du. Super. Aber der lebt noch. Also es ist nicht so, dass er tot ist. Hier läuft was hinter dem Zaun. Oder seid ihr das? Nee. Nein, ich bin hinter dem Waggon im Gebüsch. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Wo ist er? Gehen wir lang? Ja, gehen wir außen lang. Ja. Ich habe noch Wodka, da können wir auch noch mal einen Schluck nehmen. Das ist ja auch ein Painkeller. Kann man den eigentlich schlückchenweise trinken? Oder geht das so? Nee, ich glaube nicht. Das war doch, glaube ich, immer. Oder? Ist gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Hier rein. Hinter uns wird noch geschossen. Hinter uns auch. Ja, hier ist die Palette. Hier musst du drauf. Ja, ich weiß. Alter, Jungs. Oh, ich bin schon tot. Spieler. Achtung, Spieler hier in der Nähe. Einer war vorne am Zaun. Hoffentlich hat es die Hunde zerrissen. Offensichtlich nicht. Die Kacke, dass ich jetzt auf so einen Rauch geschossen habe, ist eigentlich auch Kacke, oder? Na, mir tun sie nichts. Wie toll? Mir tun sie nichts. Gut. Dann haben die vielleicht auf den PMC geschossen und ich habe das fälschlicherweise auf mich bezogen. Kann schon sein, denke ich mal. Mist, da liegt da der arme Öre. Der arme Öre. Warum schießt du auf die? Alter, das ist doch der blanke Wahnsinn. Was habe ich denn nach Chancen? Ich hoffe ja, aber kann ich aus so einem Hinterbaum wegkommen? Kannst du? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe einfach bloß irgendwo hingeballert. Komm, da geht es raus? Ja. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir runter zum Strand kommen. Hier, hier, komm doch zu mir. Hier geht es raus. Achso, dann springst du schon von oben raus. Matsu, wo bist du? Ich platziere. Gut. Wie ein Beklopter. Das ist eine Ratte, der liegt hier irgendwo. Der ist bei euch. Granate? Bin tot. Aber ich habe platziert. Ich habe platziert. Super. Granate fliegen. Karate hin. Wieso trifft er mich? Ich bin tot. Da kommt von hinten welche. Da kommt von hinten welche. Von da, von der anderen Seite, wo wir gekommen sind. Ja, ja, ja. Der Zug, hast du ihn jetzt gehört? Jetzt habe ich es gehört, ja. Ja, ja, Samurani. Ich bin hinter. Bist du auf eine Mine gelandet? Nochmal? Ja. Deswegen bin ich da nicht langgegangen. Ey, scheiße. Das ist von der anderen Seite. Ja. Snipe auf mich, der Hund. Warum muss man pushen? Ja, ich laufe jetzt rechts am E-Werk über die Brücke. Okay, ich komme mit. Direkt saudi. Ja, zuerst kommt mal zuerst. Die beiden gehen nach oben, also bleibe ich unten. Ich glaube, Klaus wollte mich gerade wieder zur Seite drängen, aber diesmal hat sich Ferrari gegen Mercedes durchgesetzt. Kein Spaß. Oh, Spieler. Das war so geil. Der hat eine Mine gefunden, Alter. Ne, so. Und jetzt nicht hier abliegen, wo der Typ geht. Das ist auch kein Spiel, glaube ich. Das ist ein Roll. Ne, das ist ein Spiel. Also einfach die Straße. Ist das ein Spiel? Wie denn? Ich war doch schon weg, Alter. Alter. Der ist noch im Zahn, der hat noch einen Zahn. Hast du den, Benji? Ne. Alter. Das habe ich nicht gesehen, Scheiße. Mist. Oh, ich, Idiot. Ey, das war ein Anfängerfehler. Ein absoluter Anfängerfehler. Ich hatte... Ich hatte nicht eine Vollautomatik. Den hätte ich so niedergeschossen, dann einen. Der schießt hier hoch, der schießt hier hoch. Hier rechts. Hier rechts ist irgendwas. Hier oben. Hattest du, mach's auf den Scaf, oder wo bist du? Ne, hier drüben war, lief einer, glaube ich. Das ist meine wöchentliche. Das ist meine wöchentliche. Oh, da ist jemand rumgefasst. Ja, Spieler. Klar, ist ein Spieler vor mir. Mann, ey. Matze, ich geh alles rum, ne? Ich hab ihn. Ja. So, gehen wir dann, oder? Jo. Oh. Das wird schon, Sven, ich... Da schießt'n ja auf mich. Was war das denn für einer? Ich hab ihn gehittet. Ich hab ihn gehittet. Er ist tot, er ist tot. Das ist noch einer. Das ist noch einer? Ich bin tot, ja. Was sind das für Assis, Alter? Ist tot. Sehr gut. Scaf's... Sind ich jetzt wieder alleine, oder was? Seid ihr beide tot? Hm? Ach, jetzt hört er auf. Ja. Kam ist wieder alleine. Ich hab einen Moshin, was soll ich denn da machen? Ich hab ihn eingegeben. Das hat nicht gereicht. Ohne Grafikkarte. Ich leck mich am Arsch. Jetzt sind sie tot, die Vollidioten. Jetzt haben sie nun davon. Jetzt haben sie gar nichts mehr. Wie mehr ist? Haben sie Grafikkarten dabei gehabt? Mhm. Richtig. Einen Feiten? Was soll ich, Alter? Was sind das für Schwachgapfen? Wie dumm kann man denn sein, Alter? Ohne Witz. Ich hoffe, die... Die fucken sich grad so richtig selbst ab. Diese Arschlöcher. Sorry, Leute. Aber sowas... Die haben echt eine Grafikkarte. Ist jetzt Wops gegangen, oder was? Das meinst du nicht ernst? Nee, ich bin nicht Wops gegangen. Die. Aber die hat eine Grafikkarte dabei, oder? Ja, das meinst du... Der ist eine Grafikkarte dabei gehabt und ist Wops gegangen. Was für ein Vollidiot. Ja, richtig verdient, Alter. Richtig verdient. An der Mauer ist einer. Bist du das? Ich bin draußen. An der Mauer? Ich bin auf der Brücke draußen. Minus. Ich hab einen. Ich hab einen. Der war ich. Was, das warst du? Ja, klar. Was? Ich dachte, du bist rein gerannt. Nein, ich hab sie verdient. Was? Ja, ich hab einen. Oh, das war's. Ja, ich hab einen. Ja, ich hab einen. Ja, ich hab einen. . Ich hab ihn. Ich hab ihn. So, ach da guckt, und ne? Hau an, manni. So, ach ne? Das ist das. weird, ist ja auch ein. Ich hab einen figurat ngochtet hier denn. Ich komm nicht auf Actually rein. worden und ab auch wo es erreicht ist. Ja, ich hab nicht verloren. Alter, ich hab's über den Typen getroffen. Was? Alter, wieso schießt der immer noch auf mich? Weil er blöd ist. Du ballerst auf den? Ja, ist tot. Wir haben die Zeit nicht erfüllt und die XP auch nicht, aber trotzdem haben wir es geschafft. Ich will gar nicht diskutieren, ich will es gar nicht wissen warum. Achtung, da ist ein Spieler, der uns das malig machen will da oben. Was für eine Rache ist? Im Turm oder was? Ja. Wieso legen die Rooks den nicht um? Haben die auch glaube ich, aber lass uns weiter gehen. Lass uns den liegen lassen. Was haben wir nun davon? Ha, ein Konkurrent weniger. Haben die ihn getötet? Hast du doch gesagt, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Die haben auf ihn zumindest mal geschossen. Ich geh hinten nicht lang. Der hat sein Fett weggekriegt. Hoffentlich gut aufs Bohren. Ja. Geil. Top. 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 Quatsch. Was? Ne Quatsch. Hä? Ich bin an der Tanke gespornend. Ich dachte, ich habe die Mauer gesehen und dachte, hm. Durms. Lass es auf sein. Das wäre es. Ich kann mir vorstellen, weil da eine Schießerei war, dass da wirklich vielleicht schon jemand drin war. Ja. Und dann kam es mit Clou-Hart zu einer Ballerei. Ja. Ja. Tür ist auf. Na dann. Weißt du, was noch? Da ist noch eine Quest. Ja. Wir müssen auf jeden Fall da was aufheben. Ja. Lauf. 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 Lass es da markieren, Alter. Dann mach hier doch die Tür zu. Stehst du eh nicht und wartest, Alter. Klar. Ich habe Schritte gehört. Ja. Und dann lass es doch schnell markieren. Warte hier. Dein Marker. So. Jetzt das Ding markieren. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah ja, hier. Ah, jetzt. Hä? Oh, Alter. Jetzt. Ey, mal geht's. Ich rieche nicht auf, du diese Scheiße. Meinst du, das Teil ist in der schrägen Kiste hier? Okay. Ey, jetzt müssen wir definitiv überleben. Ja, wie sollen wir hier wieder reinkommen in das Ding? Ja. Hast du viel Loot? Nö, eigentlich nur Müll. Ich überlege erst mal den Rucksack weckauen und gleich ihr Haus machen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.